Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um das Bias-Theorem. Das ist eigentlich eher so ein bisschen was mathematisches und wir gucken uns das Ganze auch sehr mathematisch an, nämlich hier. Nicht erschrecken, das ist jetzt wieder mal eine komische Formel, die mit vier Wahrscheinlichkeiten und so weiter zu tun hat, aber das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Okay, wir wollen, also wir haben hier Hypothese H gegeben oder wir wollen eine Hypothese H als gut oder schlecht erachten. Das heißt, wir haben einen gewissen Datensatz D und diese Hypothese H und wir wollen jetzt gucken, wie gut oder schlecht ist diese Hypothese. Okay, folgendes, wir nehmen jetzt einfach mal die Wahrscheinlichkeit, das ist das, was wir rauskriegen wollen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Hypothese gilt, wenn die Daten gegeben sind. Das bedeutet das, was hier steht, also die Aposteriori-Wahrscheinlichkeit, die, die wir ausrechnen, im Hinterher sozusagen, dass die Hypothese H ist, wenn die Daten gegeben sind. Das ist laut Bias dasselbe, wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten gegeben, dass die Daten wahr sind, also dass diese Daten auftreten in einer Welt, in der diese Hypothese H schon gilt. Das ist die sogenannte Likelihood hier oder Wahrscheinlichkeit, Likelihood eigentlich, mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Hypothese einfach so gilt, ohne irgendwelche Daten, das nennt sich Apriori-Wahrscheinlichkeit hier, geteilt durch die Daten D, die einfach die Wahrscheinlichkeit, dass diese Daten als Ereignis auftreten, also als irgendein Live-Ereignis, zum Beispiel Objekt gehört zur Klasse A oder B oder sowas. Gut, mit der Formel könnt ihr wahrscheinlich noch relativ wenig anfangen, deswegen dachte ich mir, ein Beispiel ist sehr, sehr geil und ich fand das Beispiel sehr interessant. Fangen wir also direkt mal wieder hier an mit dem Beispiel. Und zwar folgendes, wir nehmen an, Achtung, diese Daten sind jetzt übrigens keine echten Daten, die habe ich mir aus meinen Fingern gesaugt und die sind tatsächlich höchstwahrscheinlich grottig falsch, nicht mal in die richtige Richtung, aber sie zeigen, worauf ich hinaus will und für was dieses Bias-Theorem interessant ist. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass jemand AIDS hat. Einfach nur dafür, dass jemand AIDS hat, wenn man jetzt mal alle Personen anguckt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand AIDS hat, ist ungefähr, oder sagen wir jetzt einfach mal, ist 0,002. Das ist was, ja, das ist wahrscheinlich immer noch deutlich zu hoch, aber ist egal. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand kein AIDS hat, ist 0,998. Okay? So. Jetzt haben wir irgendeinen medizinischen Labortest entwickelt, der uns sagt, ob jemand AIDS hat oder nicht. Der ist aber nicht immer korrekt, sondern nur in einer Großzahl der Fälle. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand positiv getestet wird und auch AIDS hat, also positiv getestet, deswegen dieses Plus, gegeben, dass er AIDS hat, ist gleich, ist auch wieder eine Zahl, die habe ich mir rausgesucht, beziehungsweise nicht rausgesucht, die ist absolut nicht irgendwie relevant oder nicht praxisnah oder sowas. Sagen wir mal, 97%. Okay. Upsala. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er positiv getestet wird und aber kein AIDS hat, die ist relativ gering, nämlich genau das, äh, ne, halt hier nicht das Gegenstück, einfach sagen wir mal 0,00, ne, 0,01 oder sowas. Okay. So, und jetzt haben wir hier aber auch noch zwei Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er positiv getestet wird, halt schon, die Wahrscheinlichkeit, dass er negativ getestet wird, da muss ein Minus hin, das Positiv haben wir ja schon hier drüben, gegeben, dass er kein AIDS hat, die ist ja dann relativ hoch auch wieder, ups, ich habe in der falschen Zeile geschrieben, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er negativ getestet wird und kein AIDS hat, ist ja genau so, ähm, das Gegenteil von dieser Wahrscheinlichkeit hier, also die beiden zusammen ergeben wieder 1, also negativ und er hat kein AIDS, da haben wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, nämlich 0,99, so. So, und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er kein AIDS hat, äh, negativ getestet wird, aber trotzdem AIDS hat, die ist auch sehr gering, im Prinzip 0,00, äh, 0,03 ist die Wahrscheinlichkeit. So, und jetzt können wir mal anfangen mit Rechnen nach Bias. So, und jetzt wird es ein bisschen witzig, wir wollen nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Patient wirklich AIDS hat, gegeben, dass er positiv getestet wurde. Das heißt, wir führen einen Test durch, wir wissen nicht, ob der Proband wirklich AIDS hat, ähm, und dieser Test fällt positiv aus. Was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, wir führen jetzt hier das Ganze mit Bias ein, also, ähm, ich kann jetzt hier leider nicht so toll schreiben, mit diesen mathematischen Zeichen und allem, deswegen müssen wir das so ein bisschen, ähm, anders machen. P von, dass er positiv getestet wird, gegeben, dass er wirklich AIDS hat, mal die Wahrscheinlichkeit, dass er AIDS hat, geteilt durch, das soll ein geteilt sein hier, okay, ich glaube, das kann man erkennen, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ausfällt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ist und er wirklich AIDS hat, ist 0,97. Mal die Wahrscheinlichkeit, dass er AIDS hat, ähm, die ist bei 0,002, 0,002. Und das Ganze durch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ausfällt. Naja, wann fällt denn der Test positiv aus? Der Test fällt positiv aus, wenn der Proband hier, ähm, wenn es das hier, also das hier sagt uns aus, der Test ist positiv, wenn der Proband AIDS hat und das hier sagt uns aus, der Test ist positiv, wenn der Proband kein AIDS hat. Also müssen wir die beiden hier noch ein bisschen verwurschten. Und zwar wollen wir nur insgesamt das wirklich Positive rauskriegen. Also, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er positiv ist und AIDS hat, mal der Wahrscheinlichkeit, dass er AIDS hat, also 0,97 mal 0,002 plus die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, gegeben, dass er kein AIDS hat, mal die Wahrscheinlichkeit, dass er kein AIDS hat, also 0,01 mal 0,998. So, und jetzt rechnen wir das einfach mal alles so aus. Das hier unten ergibt mir jetzt insgesamt, dass der Test positiv ausfällt. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, ups, das wollte ich gar nicht. Ähm, genau, so. Und jetzt rechnen wir das einfach mal so aus und gucken, was dabei rauskommt. Wir sagen 0,97 mal 0,002. Und jetzt teilen wir das Ganze, Achtung, beim Teilen kommt natürlich eine größere Zahl heraus, weil wir durch was Kleineres als 0 teilen. Wir teilen durch 0,97 mal 0,002. Plus 0,01 mal 0,998. So, und jetzt sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, ich runde einfach mal auf zwei Nachkommastellen, dass die Wahrscheinlichkeit 0,16 hat, wenn er, äh, dass er AIDS hat und einen positiven Test. Ja, ähm, man würde eigentlich deutlich, deutlich mehr erwarten, aber ihr seht, dass da Wahrscheinlichkeiten ein bisschen Strich durch die Rechnung machen. Ähm, das ist durchaus alles korrekt, was wir jetzt gerechnet haben. Das ist tatsächlich so. Das heißt, wenn ihr einen positiven AIDS-Test habt, dann habt ihr immer noch eine sehr hohe Chance, nämlich, äh, 84%, dass ihr überhaupt gar kein AIDS habt. Und deswegen gibt es dann weitere Tests und weitere Tests und so weiter und so fort, die dann halt immer teurer und besser werden. Aber, ähm, für den Großteil passt das eigentlich. Gut, ähm, ich hoffe, hat euch mal wieder gefallen und hat euch gezeigt, wie interessant Wahrscheinlichkeiten doch sind, vor allem, wenn man in der Gefahr läuft, dass man AIDS hat. Ähm, aber dass diese Tests eben auch nicht wirklich eine Aussage treffen teilweise, obwohl man wirklich sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeiten hier hat. Ich meine, 97% und 99% ist schon eine Aussage. Aber dadurch, dass eben nur so wenig Leute wirklich AIDS haben, ist es halt dann einfach, ja, unwahrscheinlicher, dass man es auch tatsächlich hat, auch wenn man einen positiven Test hat. Okay, und das Ganze werden wir uns das nächste Mal zunutze machen, wenn wir die Maximum Aposteriose... Äh, ich kann es nicht mal aussprechen. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.